Web-Authentifizierung am Beispiel des HTTP-Basic-Authentication-Protokolls. Das HTTP-Basic-Protokoll hat einen sehr strukturierten und einfachen Ablauf. Im ersten Schritt ruft der Webbrowser eine Ressource am Web-Server auf über einen HTTP-Request. Bei dieser Web-Ressource handelt es sich um eine geschützte oder gesicherte Ressource, die eben über dieses HTTP-Basic-Protokoll geschützt ist. Der Web-Server antwortet dabei mit einem HTTP-Response, aber nicht mit der Ressource, sondern mit einem Response nach folgendem Schema. Ein 401-Status-Code, das heißt, der Response sagt, oder dieser Status-Code sagt, dass die Ressource eine Authentifizierung benötigt. Es wird kein Body im HTTP-Response gesendet. Zusätzlich aber ein ganz wichtiger, entscheidender Header, neben anderen Headern, dieser www.authenticate-Header. Als Wert hat er einerseits Basic und zusätzlich können noch Schlüsselwertpaare angegeben werden, um weitere Aspekte dieser Methode zu spezifizieren. Hier wird Realm als weitere Option mit einem beliebigen Wert, hier gesicherter Bereich, angegeben. Der Web-Browser bekommt diesen Response und öffnet darauf ein Pop-Up, wobei Username und Passwort eingegeben werden können. Hier sieht man auch am Beispiel des Firefox-Browsers, dass dieser String, der bei Realm spezifiziert wurde, hier auch angegeben wird in diesem Pop-Up als Text. Im nächsten Schritt kann die Benutzerin eben in dieses Pop-Up, das vom Web-Browser generiert wurde, Username und Passwort eingeben. Hier User123 und ein Passwort. Der Web-Browser kodiert diese Eingabe als Base64-String. Dabei gibt es ein strenges Format, einerseits Benutzername, dann Doppelpunkt und dann das Passwort. Und dieser konkatenierte Eingabe-String, der Credentials, wird eben Base64 kodiert. Base64 ist keine Verschlüsselung, es ist wirklich nur eine Transformation dieses Strings in eine ASSI-konforme Kodierung, eben nach dem Base64-Schema. Dies kann man ohne Probleme enkodieren, das ist quasi keine Verschlüsselung, Base64. Der Web-Browser sendet dann einen HTTP-Request, ähnlich zu diesem originalen HTTP-Request, bloß, dass hier eben ein weiterer Header hinzugefügt wird. Dieser Authorization-Header, wie unten ersichtlich, als Wert wird einerseits die Methode, hier Basic, angegeben und dieser Base64 kodierte String, hier beginnend mit dxnlc, der eben Username, Doppelpunkt, Passwort enthält. Nochmal angemerkt, Base64 ist keine Verschlüsselung, das ist einfach eine Kodierung, wie eben Strings übertragen werden können. Zusammenfassend, das HTTP-Basic-Protokoll ist sehr einfach, wird von allen Web-Servern und Web-Browsern unterstützt. Vorteile davon sind, das Protokoll ist sehr einfach zu implementieren, auch als Inhalt einer serverseitigen Anwendung. Es ist aber so, dass es muss grundsätzlich HTTPS verwendet werden, um ein soweit sicheres Verfahren zu haben. Nachteile am Protokoll sind, wenn Username und Passwort eben Base64 kodiert werden und im HTTP-Header übertragen, ist das nicht verschlüsselt. Also es muss HTTPS verwendet werden. Generell ist es so, dass vom Client, dass dieser Authentication-Header bei jedem Request mit übertragen werden muss. Im Web-Browser ist das kein Problem, dort wird das gecached. Also wenn man einmal erfolgreich Username und Passwort über HTTP-Basic eingegeben hat, wird das im Web-Browser gecached und für jeden folgenden Request mit übertragen. Wenn man jetzt einen HTTP-Client für eine API hat, muss man dies aber berücksichtigen für jeden Request. Ein weiterer wichtiger Nachteil ist eben auch, dass das Login-User-Interface kann in keinster Weise gestaltet werden. Man kann höchstens diesen Realm-String eben angeben. Der Rest ist vollkommen vom Browser vorgegeben. Das ist einwordsaderetem. Untertitelung des ZDF, 2020